Ganz kurz, ich habe hier extra den 93. Artikel der Schweizerischen Bundesverfassung mitgebracht, also das Äquivalent zum Deutschen Bund-Gesetz und da gibt es den Absatz 2 von diesem Artikel und der sagt, Radio und Fernsehen stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck. Aber ganz ehrlich, also das weiß ich jetzt nicht, ob das auch in dem Schweizer Vertrag drin steht, aber wenn ich jetzt uns als öffentlich-rechtlichen oder überhaupt die deutsche Presse- und Medienlandschaft, warum gibt es uns, warum sind wir gegründet worden, wieso haben wir nach dem Krieg, hat sozusagen Sir Hugh Green war es damals, dem deutschen öffentlichen Rundfunk einen Auftrag gegeben, nämlich diese Demokratie mitzubewahren, das ist ein Auftrag an die Presse, deswegen wurden Verlagslizenzen gegeben, deswegen wurden Verlagslizenzen nur an Nicht-Nazis gegeben, damit wir ein Land haben oder eine Presse haben oder eine Medienlandschaft, die dafür da ist, den Bürger zu einem mündigen, demokratiewählenden Bürger zu erziehen oder in die Lage zu versetzen, an Wahlen teilzunehmen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Re-Education, die zum Beispiel mit deutschen Kriegsgefangenen in Großbritannien, ja ganz offen, das wurde auch nicht verheimlicht, das war kein Geheimprojekt, da wurde umerzogen, Re-Education. Ja, ich weiß, das ist ein Begriff, da wage ich mich jetzt weit voraus und ich weiß jetzt schon, was für Reaktionen kommen werden. Das ist meine Lieblingsfrage an Journalisten, wenn ich immer frage, und hast du einen erzieherischen Auftrag. Nein, nein, aufklären wollen sie. Okay, aber aufklären wofür? Also aufklären mit einem, so, natürlich ist unsere Aufgabe nicht, jemanden in eine Richtung zu erziehen und zu sagen, so du musst jetzt denken, Trump ist doof oder du musst jetzt denken, Flüchtlinge sind alle toll, nein, natürlich nicht. Aber aufklären oder beziehungsweise aufklären in dem Sinne doch schon, dass man ein Bürger ist, der sich Gedanken macht, der mündig entscheidet und zwar mündig auf einer Basis. Da bin ich wieder beim Grundgesetz. Letztendlich möchte ich natürlich nicht, dass ich Bürger dazu erziehe, durch meine Berichterstattung, dass sie nachher in den Staat stürzen. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders so. Das heißt also, die meisten sagen, nein, sie haben keinen erzieherischen Auftrag. Letztendlich, glaube ich, aber war es ein erzieherischer Auftrag. Und zwar, wenn man sich das anguckt, wie auch gerade Deutschland nach dem Krieg war, ich habe das zum Beispiel an der Geschichte meines Magazins mal nachvollzogen, das war mir nicht klar vorher. Das ist ja irre. Du musstest ja aus diesen Menschen, die obrigkeitshörig waren, die Angst hatten, die ein Propagandasystem gewohnt waren, du musstest sie da hinbringen, das ist nicht nur Aufgabe der Presse gewesen, sondern der Gesamtgesellschaft, dass sie selber sagen, hey, nee, der Politiker da oben, nur weil der mächtig ist, hat jetzt hier nicht das Sagen und ich kann das kritisch hinterfragen. Und hey, nee, ich lasse mir gar nicht von dem einen nur sagen, das muss ich denken, sondern ich kann auch diese Meinung haben. Das meine ich mit Erziehung, einen mündigen Bürger und das ist schon unsere Aufgabe. Deswegen, finde ich, gibt es sogar einen erzieherischen Auftrag.